Hey Leute, mit dem letzten Update kam eine neue Weekly-Mission, Tiefe Archimede, beziehungsweise Elite Archimede, und ich kann euch nur empfehlen, macht das! Diese Missionen kosten euch zwei Netracell-Suchpulse? Oh nein, dann können wir nur noch dreimal diese super spannende Netracell-Mission machen? Oh, aber dafür können wir jetzt eine wirklich mal abwechslungsreichere Mission spielen, die uns viel mehr Rewards gibt. Also sagen wir mal, im besten Fall haben wir durch die zwei Netracell-Suchpulse zwei Archonscherben, vermutlich sogar zwei kleine, und dafür, dass ich jetzt diese Archimede-Mission gemacht habe, habe ich drei große rote Archonscherben diese Woche bekommen, eine kleine gelbe Archonscherbe und dazu dann noch ein legendäres Nahkampf-Arcana. Also ist das absolut wert! Die nächste Sache. Diese Missionen haben Modifikatoren. Die sind etwas schwerer als normale Missionen. Aber mein Channel hier ist dafür da, euch Builds zu beten, mit denen ihr wirklich diese Mission einfach machen könnt. Und ich kann es direkt mal sagen, selbst mit dem Random Loadout, das ich hier genommen hatte am Anfang, war das kein Problem. In der Elite-Version, in dem ich sogar eine Waffe oder ein Frame selbst wählen konnte, das war ein Spaziergang gewesen. Also von daher kann ich auch nur sagen, das Elite ist leichter als das normale, und gleichzeitig, ihr habt zwar ein etwas höheres Gegner-Level als normal, aber mit einem ordentlichen Bild, und wenn ihr ein bisschen aufpasst, welche Modifikatoren ihr habt, darauf gehen wir nachher aber genauer ein, könnt ihr auch eure Wahl so treffen, dass die Missionen für euch sehr leicht sind. An der Stelle überlege ich gerade auch, ob ich jede Woche ein Video machen soll, in dem ich euch einen Frame vorstelle, der gut für die ganzen Malus-Effekte ist. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und ihr seht es vielleicht gerade schon, ich habe hier unten den letzten Reward nicht freigeschaltet. Und das war Absicht, weil der Reward für 37 Punkte und 28 Punkte, was das bedeutet, gehen wir nachher drauf ein, ist, ich habe jetzt da so ein bestimmtes Wort im Kopf, das ich hier im Video nicht sagen werde, aber ihr bekommt als letzten Reward 50 Vos4. Und ich dachte wirklich, DE hat bei den 50 und bei den 20 eine Null vergessen. Für die, die nicht wissen, was das ist, also ich konnte mir in Augen am Anfang nicht trauen, als ich das in den Patchnotes gelesen hatte, aber Vos4 benötigt ihr für die Arcana-Auflösung beziehungsweise für die Lootboxen hier. Nehmen wir hier mal diese Akolyten-Arkanas, lösen wir eins auf, bekommen wir 20 Vos4. Okay, mit anderen Worten, wir kriegen ein, beziehungsweise dann nochmal zweieinhalb Akolyten-Arkanas geschenkt. Die wir alle fünf Minuten bekommen. Einfach so. Und um eine Lootbox uns hier zu holen, brauchen wir 200 Vos4. Also hätten wir einmal 20 und einmal 500 bekommen. Hey, das wäre die Sache wert. Aber für 20 und 50, also nicht mal eine halbe Lootbox hier, in der drei zufällige Arkanas sind, die meistens dann auch natürlich, ihr kennt das Glück, alle Müll sind, das ist mir nicht mal eine Sekunde wert, mich mit dem Gedanken hier zu beschäftigen, ob ich das machen sollte oder nicht. Gut, gehen wir jetzt aber mal darauf ein, was diese Mission überhaupt ist, was ihr machen müsst und welche Modifikatoren es da so gibt. Also, ihr startet mit dem normalen Tief-Archimede und da habt ihr jede Woche drei Missionen. Diese Missionen haben dann noch zwei Variablen jeweils und ihr müsst alle drei Missionen hintereinander machen. Und damit ihr es euch gerade besser vorstellen könnt, ihr startet mit einer X-Terminate, lauft durch bis zum Extraction Point. Der Extraction Point geht über in einen Loading Screen und dann werdet ihr in die nächste Mission versetzt. Ihr könnt zwischendurch euer Loadout nicht ändern und ihr müsst das in einem komplett durchziehen. Also, ich würde hierfür ungefähr zwischen 25 bis 45 Minuten einplanen, je nachdem, was für ein Team man hat, je nachdem, wie leicht es einem fällt und, und, und. Und natürlich jetzt auch allgemein gesehen. Also, für so eine Auslöschungsmission hier habe ich, glaube ich, so sieben, acht Minuten gebraucht. Eine Chemie-Mission, das hat auch so zwölf Minuten gedauert und die Störungsmission noch mal acht Minuten um den Dreh. Also, das hier ging wirklich flott. Die Modifikatoren, die wir diese Woche haben, sind auch an sich relativ soft, um es mal so zu sagen. Und bei Doppelte Zerstörer, da braucht ihr keine Angst zu haben. Die sind dann deutlich schwächer, die Einzelnen. Dazu kommen dann hier auf der linken Seite noch mal die persönlichen Modifikatoren. Die können wir uns so festlegen, wie wir wollen. Also, machen oder nicht machen. Und zum Beispiel diese Woche ist, verliert zwei Energie pro Sekunde für jeden Gegner im Umkreis von zehn Meter. Das tut schon ziemlich weh. Darauf sollte man auch den Frame ausrichten, den man später mitnimmt. Messerschrittsyndrom, das Gesundheit abzieht. Transferenzverzerrung, die bewirkt, dass wir nicht den Operator wechseln können. Und lethargische Schilde, die unsere Schildladerate und alles verzögert. Jeder dieser Modifikatoren gibt uns einen Punkt, aber pro Mission. Das bedeutet, wenn ich hier auf das I gehe, jetzt habe ich 24 Punkte, jetzt 21 Punkte, weil wir machen ja drei Missionen. Dazu kommt, dass wir auch noch hier oben eine Loadout-Empfehlung haben. Wenn wir etwas aus diesen Empfehlungen mitnehmen, bekommen wir auch jeweils noch mal einen Punkt mehr. Und jetzt wird es spannend. Wenn wir einmal, ein einziges Mal alle Modifikatoren aktiv haben und ein einziges Mal alle Waffen und Frames haben, zumindest eins dann jeweils davon, dann, wenn wir 25 Punkte gemacht haben, können wir Elite-Archimede freischalten. Gegnerlevel etwas erhöht, macht keinen Unterschied. Und dazu kommt, dass dann die Missionen immer drei Modifikatoren haben. Das ist der einzige Unterschied. Und ich will es direkt betont haben, die Elite-Version fand ich deutlich leichter als die normale Version. Zum einen, habe ich ja gerade eben gesagt, zum Freischalten der Elite-Version musste ich die normale Version machen, komplett mit einer Vorauswahl hier an Frames und allem. Und die Vorauswahl, gerade Frame in Kombination mit nur semi-guten Waffen, war dann schon, naja, es war jetzt nicht schwer gewesen, aber man musste sich etwas, man musste mehr aufpassen als gewöhnlich. In der Elite-Version habe ich dann aber direkt gesehen, hey, der letzte Reward ist was for, interessiert mich nicht. Das bedeutet, auf die letzten drei Punkte kann ich gerne verzichten. Und im Endeffekt, habe ich dann einfach einen guten Frame genommen, mit dem ich meine Waffen buffen konnte, und bin dann so durchmarschiert. Im Endeffekt, müsst ihr einfach nur Glück haben, dass ihr dann jede Woche entweder einen guten Frame oder eine gute Waffe habt. Und an der Stelle, diese Loadout-Empfehlungen oder Vorschläge oder wie auch immer ihr das nennen wollt, die wechseln auf täglicher Basis. Das heißt, ihr könnt natürlich auch einfach warten, bis ihr ein tolles Loadout vorgeschlagen bekommt. Ich hatte gestern zum Beispiel Baruk drin, die Ambrex drin, die Knell als Sekundärwaffe und ich glaube, das Geer Yati als Nahkampfwaffe. Kampfwaffe, also, naja. Und sind wir gerade mal kurz ehrlich, mit Equinox, Benji oder Zevergov hätte ich in den Missionen wirklich keinen Spaß. Im Endeffekt musste ich einfach nur schauen, welcher Frame hat am wenigsten Probleme hier mit diesen ganzen Negativ-Effekten. Und gerade die Energieerschöpfung, die war dann hier die Variable, die mich limitiert hat. Aber dann dachte ich mir, hey, mein Chroma, der erzeugt pro Sekunde mehr Energie als er eigentlich braucht. Dann nehme ich doch mal den mit. In Kombination mit der Ambrex, die mir eh vorgeschlagen wurde, konnte ich dann einfach durch die Mission durchmarschieren. Und auch diese persönlichen Modifikatoren hier unten, die wechseln auf wöchentlicher Basis. Da gibt es jede Menge. Kann ich euch gerade mal kurz zeigen. Das sind diese hier. Und da sind schon ein paar dabei, die knackig sind, aber auch ein paar, die jetzt weniger interessant sind. Dann gibt es auch noch jede Menge Modifikatoren für die verschiedenen Missionstypen. Ich meine, die könnt ihr euch auch noch hier durchlesen, wenn ihr wollt. Könnt ihr einfach mal kurz das Video pausieren. Und ich muss sagen, das sind ein paar wirklich witzige Ideen dabei. An der Stelle will ich auch noch mal kurz erwähnen, ich liebe manchmal den Humor von DE, Up to Eleven, für die, die es verstehen. Und ja, ansonsten kann man hier halt jede Menge gute Rewards bekommen. Und es ist die Zeit und den, in Anführungszeichen, Schwierigkeitsgrad absolut wert. Und nur damit ihr es jetzt gerade einmal gesehen habt, ich bin diese Woche hier mit Chroma reingegangen. Also in meinem Chrome habe ich jetzt auch nichts extra angepasst. Zwei Scherben drin für mehr Corsion-Statuseffekte, bisschen mehr Gesundheit. Dann ist das hier noch für Archons und so ein bisschen stärkere Gegner. Fun Fact, von Necromax könnt ihr mit 14 Kohäsionseffekten die Rüstung nicht entfernen. Auch ganz gut zu wissen. Und auch beim Bild ist einfach so was ganz Normales. Und ich würde euch an der Stelle auch wirklich empfehlen, dass ihr eure Fähigkeiten refresht, auch wenn ihr es noch nicht müsst. Aus dem ganz einfachen Grund, es kann einfach vorkommen, dass wir jede Menge Gegner um uns rum haben und die saugen uns halt die Energie ab. Das bedeutet, sobald die Gegner weg sind, haben wir dann noch mal genügend Zeit durch unseren Nexus-Mod die Energie wieder aufzufüllen. Wir starten die Mission, indem wir erst unser Nähren aktivieren, dann einmal eine Energieplatte, unsere Fähigkeiten aktivieren, vielleicht noch einen Energiepuls abwarten und dann können wir losrennen. Hier seht ihr jetzt übrigens direkt schon die neuen Gegner, die ich eben meinte, beziehungsweise die nicht neuen Gegner. Das sind ja einfach diese Schatten aus Doviri. Und schauen wir uns das gerade an. Ja, mit der Ambrex kann ich einfach durchrennen. Meine Energie ist auf einem soliden Level. Zum Beispiel refreshe ich jetzt meine Fähigkeiten und ihr seht, meine Energie geht schon wieder hoch. Und von daher, ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaltet euch das Elite Archimede so schnell frei, wie ihr nur könnt. Und danach wird es halt deutlich leichter, weil ihr habt halt die Möglichkeit, ein Frame oder Waffe auszutauschen und euch dafür dann etwas mitzunehmen, mit dem ihr auch auf jeden Fall gut klarkommt. Und falls ihr halt noch einmal das freischalten müsst, da kann ich euch leider keinen Tipp geben. Als letzte Kleinigkeit noch, wenn ihr hier oben gar nichts davon habt, was innerhalb von einer Woche eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit sein sollte, weil ihr braucht ja eh Rang 5 bei den Kaviar, dann kommt ihr nur auf 15 Punkte. Mit 15 Punkten habt ihr schon die ersten zwei Belohnungen freigeschaltet, also genauso gut wie eine normale Netracell-Mission, nur mit ein bisschen mehr Abwechslung drin und vielleicht mehr Spaß. Und zusätzlich habt ihr dann noch drei Entradi-Landhorns, aber das ist ja, naja, sagen wir mal mehr oder minder egal. Habt ihr zwei von den Sachen hier oben, bekommt ihr sechs Punkte mehr. Mit sechs Punkte mehr sind wir bei 21 und dann bekommen wir noch eine Zusatzbelohnung. Das bedeutet schon mal eine Runde mehr als die zwei Netracell-Suchpulse. Von daher solltet ihr versuchen, mal mindestens das anzustreben, aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, macht einmal einen Vollrun mit allem wirklich ausgerüstet hier. Am besten, wenn ihr es irgendwie schafft, loggt euch morgens ein, schaut, dass ihr eine Rotation habt, bei der ihr den Frame habt und eine Rotation, bei dem ihr die Waffen euch einfach innerhalb von zwölf Stunden bauen könnt oder vielleicht sogar einfach fertig gebaut im Marktplatz kaufen könnt. Zum Beispiel, wenn hier Paris ist, könnt ihr auch die MK1 Paris nehmen. Bei der Fuhris, könnt ihr die MK1 Fuhris nehmen und schaut dann einfach am besten morgens einmal kurz nach, was ihr so habt, gebt das im Bau, damit ihr abends dann einmal den Vollrun machen könnt. Weil sobald ihr im Elite drin seid, bekommt ihr hier halt drei Punkte pro Mission und naja, dann kommt ihr deutlich leichter hier unten auf eure ganzen Belohnungen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.